jo 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 freunde und damit willkommen zur nächsten runde call of duty ww2 wir spielen natürlich wieder team das match land und dort mal gucken was heute geht miene gelegt was steht man habe ich noch weg geholt mit seiner nade ich brauche munition und ich brauche kills okay ich gehe mal hier lang ich da jemanden sind die gegner man da war eigentlich mal wieder einer einer ist aber nicht genug noch ein weg gesnackt die aufklärung sucht nach zielen nein mann mann ich bin zu langsam was los schnell mal hier in die ecke vorräte sind in der luft den zielbereich schützen die nachladen flachsalve verschossen sicher wieder luft raub und raus wir wissen dass sie hier seit wo die map gefällt mir gar nicht glaube ich muss meine maus mal ein bisschen runter stellen bisschen zu schnell auch mal hier durch fritz x bombe wird abgeworfen die nachladen noch mal mann nächster versuch aufklärungsmaschine sucht nach zielen fritz x bombe wird abgeworfen schützt die abwurfzone was stoppen der sommer die aufklärung sucht nach zielen sehr schön gemacht junge sieg jetzt habt euch unter druck gut geschlagen man wird sich an diesen sieg erinnern das war doch mal nice gut weggeholt die leute ja ich denke war eine erfolgreiche runde vor allem eine schnelle runde wirklich extrem 5 zu 5 kann sich sehen lassen natürlich ein weniger da machst du nichts trotzdem hat es bock gemacht ich hoffe euch natürlich auch wieder und würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss